Kurz, warum Stay gesagt hat, nur um das zu erklären fürs Video. Stay hatte gesagt, das sind die Fanboys, weil das sind die Leute, die aus den anderen TS uns sozusagen über Twitter gestalkt haben und gesagt haben, auf welchen Zyra spielt ihr? Wir wollen ja auch spielen. Und dann sind die Stay, Mu, Die in der Lobby gewesen. Oh, links von uns ein Auto? Irgendwo, ich hab's nicht gehört, also ich hab's nicht gesehen. Warst du eigentlich schon im Auto drin, als wir überfahren? Nein, nein, ich wollte gerade einsteigen und es war zu, ich kam nicht rein. Ich dachte mir, warum komm ich nicht rein und dann kommt dieser Truck. Jesus fucking Christ. Und ich dachte schon, Scheiße, ist die Sterbeanimation jetzt verbuggt? Oder bin ich tot, bin ich nicht tot? Ich war zu aufgeregt, um zu sagen, dass ich nur ohnmächtig bin. Ich war zu aufgeregt, Stay. Ich dachte gerade, oh mein Gott, was für eine Situation. Und er hat uns halt nicht gekriegt. Ja, das war so gut, ey. Oh mein Gott, Grüße gehen raus an den schlechtesten LKW-Fahrer der Welt. Krümmel. Oh mein Gott. Vor allen Dingen, der kam aus dem Nichts. Ich hab den gar nicht gehört, Mann. Hast du den gehört? Nein, das ist ja das Ding. Nein, das Problem, wir wurden auch gerade beschossen, oder? Ja, stimmt. Von dem Typen hinter uns und da haben wir das nicht wahrgenommen. Das war mega stressig alles, ja. Bobsch war das, glaub ich. Bobsch lebt immer noch. Weiß nicht, irgendjemand ist auf jeden Fall noch am Leben hinter uns. Auf der Jagd. Mal gucken, ob hier noch irgendwas kommt, wo wir irgendwas looten können. Theoretisch noch in der Stadt, oder? Nee, hier ist gar nichts mehr. Ich glaub, wir müssen echt mit dem klarkommen und was wir haben. Ey, das ist ein Magazin für die Dings und du hast nur noch Pistil. Aber Pistil geht auch gut rein, hab ich schon gemerkt. Ja. Boah, ey, du hast ja gar nicht mitbekommen, was ich gemacht hab, ne? Ich wurde ja auch überfahren. Ich hab dann wieder mein Bewusstsein erlangt und seh dann das Auto auf mich zufahren und nehm die Pistole in der Hand und schießt den Fahrer, während das der auf mich zufährt, Alter. Ich hatte halt keine Munition mehr. Ich hatte halt alles verbraucht, als der Typ vorne an der Mauer stand. Ich hatte halt nichts mehr. Ich bin einfach nur noch... Oh, warte mal, wir sollten vielleicht mal... Komm, wir gehen mal kurz hier vorne in diese dicken Dinger da rein, ja? In diese Reedfelds. Guck mal, oh, ein Rainbow. Siehst du einen Regenbogen hier links? Weiß nicht, ob der Client-Side ist? Doch, das seh ich. Wow. Wow. Gutes Zeit. Die Graphics, äh, Next-Gen. In Connors 4 gibt's keine Epo. Sind wir eigentlich im Blauen drinnen jetzt? Ja, 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 klar, klar. Keine Sorge. Ich hab's überhaupt nicht gerealisiert. Ja, 193, 85, würde ich bis dahin gucken. Lass den mal abcampen. Warte mal, Auto? Aus westlicher Richtung? Lass uns mal potenziell erst mal Munition sparen. Ja, ja. Warte mal, ich glaub, der ist angehalten, Stay. Ja, der hat da vorne angehalten, Stay. Oh Gott. Was ist das in einem Pickup? Ich bin in dem Busch hinter dir. Den nicht. Äh, komm, komm ein Tick nach vorn. Der brennt nach rechts weg, Stay. Nach rechts ist der weggelaufen. Wir könnten seiner Spur folgen. Ah, ich seh ihn. Siehst du ihn, oder siehst du ihn? Ich seh ihn, der ist an der Fahrzeuge. Ja, ja, der rinnt weg. Nein, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Kannst du den erledigen? Ne, das krieg ich von hier nicht mit der AK. Da vergebe ich nur die Position. Okay, vornamassen. Äh, ich beweg mich auf ihn zu, ja? Oh komm, wir bewegen uns weiter auf ihn zu. Der ist hinter so einer Hügelkoppel, jetzt müssen wir auch auf den Typen hinter uns abpassen. Ich hab mich verloren, also ich seh ihn grad nicht, ne? Ja, weil der hinter dieser, äh, 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 hinter diesem, weiß nicht, Anhöhe ist. Muss man vorsichtig sein, ey, wenn der da vorne kämpft. Der, der, der hockt da direkt, der hockt, der ist stillstehend, okay? Wollen wir auf ihn schießen? Siehst du den, der hinter der Mauer? Sag mal, du schießen kannst. Du brauchst eine Gradzahl? Ja. Ja. 259 Grad, auf dem, äh, auf dem GPS sieht man die 250 Grad, der hockt da direkt an der Mauer. Wenn du bereit bist, halt geschaut. Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich muss noch näher ran, ich muss noch näher ran, okay. Warte, ich geh, ich geh prone, ich geh prone. Okay, alles klar. Willst du hin robben, oder wie? Ja, ich geh über die Anhöhe und dann gebe ich ihm gleich. Okay. Ich würd sagen, bewegt dich schnell drauf zu, noch sieht er uns nicht. Ja, ich bin jetzt gleich da. Ich glaube. Höher ein bisschen, höher ein bisschen, stay. Ich hab keine Munition mehr, stay. Das kann doch nicht sein, ich hab auch keine mehr. Ich hab ihn noch ein paar Mal getroffen. Ey, der ist so low. Der kann nicht eigentlich, das geht gar nicht. Wie ist er noch? Ich seh ihn nicht mehr, er ist über low. Ist in den Busch drinnen. Ja, ist in den Busch gerade zu. Was sind das? Kann ich nicht sagen. 260. Ich glaube, ich seh ihn, er krabbelt da glaube ich gerade. Ja, er krabbelt da noch. Ja, ne, er krabbelt, er läuft weg von uns. Da ist noch einer dahinter. Ich glaub, da ist noch einer. Hinter ihm. Ja, ich glaub auch. Ich glaub, wir sollten weglaufen. Ja, wir müssen in die andere Richtung. Lass uns mal, wo wir herkommen. Also runter. Ich hab gar nichts mehr. Ich kann nicht, weder irgendwas. Okay, dann renn erstmal weg, ja? Ich komm, ich lauf in die Büsche, wo wir herkommen. Okay, ich muss komplett woanders hinlaufen, stay. Weil ich muss erstmal einfach nur weg. Lauf einfach so weit weg wie möglich. Scheiße. So. Hier sind wir. 192, 85. 192, 85. 192, 85. Hier ist halt nichts, alter. Hier sind wir. Ich suche halt Munition hier an den Häusern, alter. Ja. Oh Gott. Wir müssen die töten, stay. Ich glaub, wir haben keine andere Wahl. Ja, wie? Wie? Mit unseren Händen? Ja, ich hab eine Pistole noch. Du hast mir zwei Pistolen übrig gelassen. Das ist das Einzige, was ich hatte. Ja, da war halt keine Munition. Guck mal, ich glaub, ich werd hier irgendwo in den Häusern warten. Ich glaub, ich muss mich tatsächlich vercampen und im Nahkampf gegen die spielen. Ich hab keine Ahnung, war ist der. Ich hab eine Pistole mit einem Magazin. Ich glaub, die zu töten ist unsere einzige Chance, an Waffen zu kommen. Soll ich dir mal einen Koordinaten geben? 191, 88. Kannst du eben versuchen, da hinzukommen oder mir Intel zu geben? Ob irgendjemand auf mich zugerannt kommt oder so? 191, 88. Genau. Alter, du bist übelst nach Osten gelaufen, ne? Äh, nach Westen. Ich komm jetzt. Versuche ein bisschen zu scouten von außen. Okay. Ja. Au, Alter. Das ist ein Gebäude. Bist du an Häusern? Ja. Okay, dann bist du in diesen Häusern. Ich lauf mal weiter. Nicht in Häusern. Ne, also in so eine Ruine von so einem Haus. Also kein Haus, das man wirklich betreten kann. Ja, das ist so eine... Weiß ich nicht. Okay, hier hinten sind weitere kleine Häuser. Schüsse auf mich! Okay, Deckung, Deckung. Renn zickzack oder so. Ja, es war's. Fucking Stormzeit hat mich. Fuck. Der ist, äh, gleich close. Der ist close. Wie close? Der ist, ähm, potenziell... Also um die... 200 Meter um dich rum. Ich glaub, ich hab ihn gesehen. Im Kreis. Ich hab ihn gesehen, Scheiß. Es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht in die Falle locken. Ich wollte damit nur sagen, die sind irgendwo auf dem Weg zu mir. Jaja, ich weiß. Ich hab keine Funktion für nichts mehr. Unser Feuergefecht mit diesen komischen Dudes hat uns... Hat mich alles gekostet. Und dann diese M4-Bug auch noch. Ah! Ach, war das intens, ey. Ist noch nicht vorbei für mich. Scheiß, ich seh ihn schon wieder. Ach. Scheiß, ich seh ihn schon wieder. Ach. Ich sehe deine Killer. Aber das Problem ist, dass ich deine Killer nicht ausschalten kann. Ja, weil du keine Waffen hast. Genau. Wenn wir doch mehr Zeit gehabt hätten am Anfang, bevor wir Kontakt gehabt hätten. Ja. Eine Minute mehr hätte gereicht. Ich hab grad jemanden getötet mit der Pistole. Der könnte eine Waffe dabei haben. Die M4-Bug auch mal. Oh. 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 ok, stay. möchtest du mal zugucken über stream? ich kann so ein live broadcast machen, dann kannst du mir noch zugucken wie ich zocke. ja gleich, moment. da muss ich dir ja einfach, warte mal. watch game. ich glaube jetzt will ich gesehen, shit. okay, moment. ich bin schon glück, dass ich nicht sterbe, wäre dessen. ich glaube jetzt werde ich einmal auf den desktop zurückgeworfen. ja, jetzt. das habe ich noch nie gemacht, ob das richtig funktioniert. krass läuft. du siehst den jetzt gleich von einem stein vor mir. da sieht mich auch scheiße. krass läuft. krass. krass. war nur eine frage der zeit, bis er mich sieht. hm. die situation ist echt verfahren ey, mit einer close range waffe. ja. krass. wow. bei mir oder bei woanders? vermutlich bei mir. wo auch sonst. ich renne jetzt einfach mal auf ihn zu, stay. krass. oh mein gott. ja. dann einfach auf ihn zu, stay. oh, ich bin mal hier. er muss doch hier sein irgendwo hier close war was egal ich renne weiter auf ihn zu der ist hier oben irgendwo gute alter weiter p da ist er vor mir scheiße ich bin schon gerade in die hose weiter wenn ihr den fragst er gibt es einen fucking award ich musste ich muss mich so konzentrieren komm schon bomb bomb fucking armor steuerung ich konnte gar die pistole nicht ready machen deswegen war alles so scheiße knoß alter was er für eine waffe hat was ist das ist ja die waffe des todes und er verkackte ist einfach oh mein gott er war das scheiße schlecht ist deswegen wo er kommt sie bekommst du was auch immer auf ihn zu b250 irgendwas und er trifft ich mich mit dem weg ich fasse ich bin so low man hast du noch hast du meditz oder könnte er hat bestimmt was dabei ja nichts dabei zwei zweimal red bull nur das reicht nicht zum boosten okay aber ist noch nicht vorbei ist noch nicht vorbei okay vor allem das ding ist der hat diesen helm aufgehabt deswegen konnte ich ihn nicht direkt töten der wäre tot gewesen von den headshot aber der ging nicht durch oh fuck mal leise okay ich habe noch eine chance der typ ist bestimmt das problem war meine waffe war nicht ready der muss so mad sein oh mein gott der wurde richtig gaunt der typ ich kann es mir nur vorstellen wie er die ganze zeit mit sniping scope skills am abrasten ist und dann kommt jemand mit der pistole hi hase ich bin grad schwer verwundet ja genau ich will zu dem fahrzeug das fahrzeug ist meine einzige rettung die munition hin ich lege meinen wachsack jetzt auch ab damit ich nicht gesehen werde wenn ich robbe was ich gerade gefühlt habe als ich mit der pistole engaged hab man alter schweiz oh god einfach jolo einfach jolo das problem ist diese scheiß waffe das ist mein großes problem mit die waffe war nicht bereit zu schießen deswegen musste ich einmal linke maustaste drücken damit sie bereit ist zu schießen das war die absolute katastrophe das war das schlimmste was mir passieren konnte in der situation das schlimmste was dir in der situation hätte passieren können wäre dass du gestorben wärst aber ok ja das war das aller schlimmste sagen wir sie war nicht ideal ja das war absolut nicht ideal aber viel ist nicht mehr wie viel sind übrig 5 4 hoffentlich sind die nicht alle ein team aber irgendwie interessiert sich auch kein schwein dafür dass sein kollege gerade gestorben ist au mann was für eine intense scheiße die zone hat sich auch verkleinert als nächster näher bin ich ja super getarnt aber sobald leute näher zu mir kommen bin ich total gefickt gott alter wie du den typen weißt du das war so perfekt alter das am rohbau wie du den typen ein brett gegeben hast man weißt du und überhaupt plötzlich wie ich den typen aus dem fahrer raus schieße von dem von den laster und dann plötzlich keine ahnung wie so eine russische mamuschka plötzlich haufenweise leute da rausspringen alter das war ich ich hätte ich hätte mit allem gerechnet aber nicht dass da sechs leute drin sitzen niemals ich habe ja viel mit team sowas erwartet aber sechs leute ist ganz schön crazy das war crazy ich hoffe dass nicht alle zusammen sind in einem team hoffe ich auch nicht aber ich kann es mir nicht vorstellen nachdem du so ein großes team auseinander genommen hast und das war ja schon das deutsche team ja genau was heißt du wir haben das erste deutsche team das war ja sechs wobei der gerade noch am leben das so nachdem das team sozusagen mehr oder weniger zu spiel so zerrissen wurde von uns aber eine art überlebt einer sollte immer noch leben übrigens das ist dieser komische busch bosch bischbisch bosch der sollte glaube ich noch leben dass der einzige der aus dem wagen leben draus gekommen ist frag mal sein okay vor allem was warum ich überhaupt hier hinkrabbeln ist als ich hier grad mich verkämmt hatte ist mir jemand entgegengelaufen als ich mich in der ruide verkämmt hatte und ich hatte den erschossen aber ich konnte den noch nicht looten mit ein bisschen glück hat der noch boosting also noch einmal painkillers dabei oder einen helft dabei du hast deins vermutlich genommen gehabt nachdem du geschossen wurdest ich hatte nichts mehr nehmen also ich war dann blank ich war ja auch wehrlos ich bin rumgelaufen wie ein Reh direkt vor mir ist er das problem ist ich wollte eigentlich nur oh was war das ich wollte eigentlich nur dass du zu mir kommst damit du sozusagen mir sagen kannst ob sich was auf mich zu bewegt und in dem moment wo du auf mich zu gerannt kommst haben die schweine nicht umgebracht man das tat mir so leid man fuck man freckliches timing gewesen ja aber das haben wir halt das war halt karma ne wir hatten fantastisches timing am anfang ich hab grad so zwei löffel von so n rammler gesehen und dachte das wär ein spieler man weißt du die zwei ohren ja 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 ich hab's übersehen jetzt noch mal Bomben auf mich abwerfen das wär das ey hoffentlich hat er was dabei aber ich sage der hat ein medikit dabei ok ich mach offen wär unwahrscheinlich wenn nicht die waren so gut equipped der wird eins dabei haben boosting kram hat er zumindest dabei ich glaub damit krieg ich mich wieder hoch Bankkiller ist alles so Alter das ist doch das ist doch super also du bist auch wirklich eine ap ne ja das ist doch ein auto ne ja das ist so ein quartes direkt neben mir ach komm ich booste mich jetzt einfach hier aus mit Felde als wenn das als wenn als wenn ich nicht sowieso schon genug mein Glück heraus gefordert hätte ich hab seinen kollegen Bobsch grad umgebracht oh oh shit der ist direkt vor ach ja man oh mein Gott ey der ist mir richtig zugelaufen stay oder nicht oh mein Gott oh mein Gott ey weißt du was ich richtig gut finde gerade dass du meinen Namen auf dem server hast vielen dank vielen dank für die fantastische Reputation die du mir verschaffst oh shit ich werd beschossen glaub ich boosting in armor is real moment oh shit oh shit oh shit ich werd beschossen oh shit oh shit ich werd beschossen warte wo war er ja hinten an der Wand wahrscheinlich da da hinten das Zweierteam da boah was für eine Entfernung die mich umgebracht haben oh was für eine Entfernung die mich umgebracht haben oh nein oh das ist total aus der anderen richtung holy shit ja alter fette Sache mit dem Sauron auch dass du sehen kannst woher das noch kommt und wie viel AP die haben und so aber das kann man nur als streamer also dafür musst du dich anmelden das ist so ein extra so ein Perk was man nur streamer freischalten kann ah ich verstehe oh scheiße wow was für eine Runde ey ey aber immer was hat das für eine Runde Sley was für eine Runde ey heilige Scheiße seit ewigen Zeiten und so eine Runde das war die krasseste Runde die ich jemals gespielt hab sehr ernsthaft ey fuck man ey ey das war wirklich die krasseste Scheiße ne alter wow oh mein Gott insane wirklich insane absolut insane ja ich bin grad so ein bisschen hier und ich verspür so ein leichtes Prickeln in mein Gesicht das war wirklich gut ey okay das ist immer wieder Zeit dass so eine richtig gute Runde gespielt wird ey wow wow da vorne fällt der fällt da vorne in der Sportlimo weißt du weißt du ich glaub das war der wem 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 der ist ausgestiegen ich wollt kill ihn boom ha 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 da haben zwei Leute gekippt ja saft aber war das Daniel ne er ist jetzt noch ein bisschen stream hä die lehnen da was das waren die wollen die mich verarschen ne ne das ist jetzt nicht wahr MLG alter ey das ist nicht wahr ne wieso haben die den scheiß überlebt oh man wieso haben die den scheiß überlebt man